Sneakers for Life, das heißt Schuhe für einen guten Zweck und ihr könnt sie gerade ersteigern auf Kleckt.in in unseren Auktionen. Hier habe ich einen wunderbaren Schuh. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Then and Now Pack von der Soulbox aus dem Jahr 2011. Ein Adidas Equipment Running Support hat Hickmet damals gemacht, neben einem Adizero. Und das ist so ein Equipment Support, aber kein gewöhnlicher, sondern das ist tatsächlich die Sample Variante. Das heißt, das ist ein Schuh, wie Hickmet ihn bekommen hat, bevor dieser Schuh Release fertig war. Und dieses Sample stellen wir euch zur Verfügung. Ihr könnt es ersteigern, ihr könnt darauf bieten. Denkt dran, es ist für einen guten Zweck, es ist für die Krebshilfe. Ihr könnt mit diesem Schuh also Leben retten. Das ist für die Krebshilfe.